Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Lakinah Ahmadi kommt aus Afghanistan. Seit 2015 lebt sie mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern in Hannover. Sie studiert Informatik. All das hat sie geschafft mit Hilfe der Flüchtlingshilfesehende. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mich ganz herzlich bei diesem Verein. Sie haben uns sehr geholfen in verschiedenen Phasen, zum Beispiel wenn man eine Wohnung sucht oder wenn man einen Antrag bestellen muss oder bei Kindergartenplätzen, wenn man sucht. Lakinah Ahmadi ist nur eine von etwa 200 Flüchtlingen, die in Sehende leben. Viele von ihnen suchen Unterstützung beim Verein. Und er bietet speziell Deutschkurse für Mütter inklusive Kinderbetreuung an und hilft bei Behördenangelegenheiten. Das heißt Schriftverkehr, hauptsächlich inzwischen mit dem Jobcenter, mit den Krankenkassen, mit Ausbildungsstellen. GEZ war heute Morgen jemand da. Wie geht das? Wo mache ich mein Kreuzchen? Was muss ich hier ausfüllen? Otto Mahl und Eseldien Mohamed sind zwei der Ehrenamtlichen. Der Syrer, der selbst vor 20 Jahren geflüchtet ist, kann dabei als Dolmetscher punkten, hilft aber auch bei ganz praktischen, alltäglichen Dingen wie der Wohnungssuche. Wenn ich jemandem helfe, ich meine, mir ist egal, woher er kommt oder welche Religion er hat oder mir eigentlich alles egal. Ich helfe Menschen. Und diese Freude in den Augen, wenn ich sehe, dass so einer glücklich ist, ohne Danke zu sagen, das freut mich sehr. Also wir sind selbst als Familie oft umgezogen und waren dann immer froh, wenn wir Nachbarn hatten, die uns quasi an der Hand genommen haben und haben gesagt, hier, wenn du so fährst, kommst du da schneller zum Ziel. Ja, es sind unsere Neubürger und wir heißen sie willkommen. Und das Engagement lohnt sich. Sakina möchte einfach auch zurückgeben, was sie an Hilfe bekommen hat und unterrichtet jetzt andere junge Mütter am Computer.